Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute mal wieder CSGOCASE.com Ja Leute, letzte Folge war ja komplett behindert, wir sind komplett bruchgegangen, heute machen wir mal zuerst eine Kiste auf. Ich weiß, die Kisten sind mega gedroppt und es ist sehr, sehr, sehr laut. Komm schon, gib mir irgendwas krasses. Okay, aka Blue Lemonade, ah, die ist wenig wert, die ist sehr wenig wert. Schade war's, okay, wir sind richtig bruchgegangen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein bisschen Slots. 5, 1, 2, let's go, komm schon, gib mir irgendwas Schönes und ich weiß nicht warum, aber bei Melek der Scheiße immer so richtig hart und das kriegen wir auf jeden Fall nicht. Das war klar und ich würde sagen, wir machen mal 5, hau die Scheiße rein, mach die Scheiße rein, komm schon, gib mir, oh, 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 oh. Und wieder der Bait des Todes ist da, okay, komm, wir machen lieber mal wieder eine Case auf, komm schon, gib mir irgendwas Gutes, gib mir irgendwas Gutes, irgendwas Gutes, irgendwas Gutes. Oh, fuck my life, Jungs, Alter, es ist scheiße. Oh mein Gott, Digga, wir gehen so locker, Bruch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Die kriegen wir, die kriegen wir, die kriegen wir so locker. Ja, Mann. Wow, super. Wir gehen wieder Bruch, Mann, das ist so lächerlich, ich hasse es so. Und die kriegen wir auch nicht. Leute, kriegen wir die? Ne. Äh, 1, 2, 2, komm, machen wir wieder kleine Baits. Ey, Mates, wir werden hier gefickt, das ist nicht mehr normal. Wir werden hier gerade so hart gefickt. Ja, wahrscheinlich, ey, Mates, was ist das? Wir werden gerade so hart gebumst von hinten. Mal 1, ey, fick mein Leben. Letzter Spin, wenn wir den verkacken, dann ist es echt Rip. Dann ist es echt Rip, die kriegen wir auch nicht, Mates. Die kriegen wir auch, ne, die kriegen wir auch nicht, Mann, das ist so lächerlich. Guck mal, kann man slotten mal noch ein bisschen. 8, 9, 1, komm. Gib mir wenigstens hier was. Gib mir wenigstens, ja, wahrscheinlich, das kriege ich auch nicht, Mates. Wir machen hier zweimal, 1, 5, 0, 0. Das machen wir jetzt zweimal und wenn wir das nichts wieder rausbekommen, dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich auch nichts sagen. Ja, wahrscheinlich kriege ich das, Mann. Ey, es ist so lächerlich, es ist so lächerlich. Die können wir bekommen. Ja, wow. Super. Dankeschön dafür, wir gehen jetzt eh wieder Bruch. Es ist so lächerlich. Ja, die kriege ich eh nicht. LOL, 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 LOL. Ich wollte gerade nicht beschweren. Ich wollte mich gerade beschweren, Mates. Und dann kriege ich den Scheiß. Nee, komm. Verkaufen die Scheiß jetzt. Und dann gucken wir mal, was wir da rausbekommen, weil sonst wird das Video zu langweilig. Und das will ich natürlich auch nicht. Und wir kriegen wieder irgendeinen Scheiß raus. Mann, 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 die Kisten sind da halt echt zum wegrippen. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas Schönes. Wäre auf jeden Fall ganz nice und wir kriegen die Stedrick Gluck. 18, Bunsen, das ist auch nicht viel wert. So, wir fangen erstmal klein an mit 1, 5, 6. Gibt mir irgendwas Gutes. 5, 5, 5, 5, 5. Komm, und danach 5, 5, 8, 8. Das wäre ganz... Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Bait ist da. 5, 7. Um wieder auf eine gerade Zahl zu bekommen. Ja, wahrscheinlich kriege ich das. Diese Baits sind auch so billig. Guck mal, wir haben 40%, dass wir irgendwas bekommen. Und wir verlieren so oft. Das ist so nicht mehr normal. Ja. Bis jetzt haben wir nichts Gutes gezogen. Bis jetzt haben wir nichts Gutes gezogen. Komm schon, die kriege ich, die kriege ich, die kriege ich. Nein, kriege ich auch nicht. 9, 1, vielleicht bekomme ich halt da was. Ja, ey, ey, die Baits sind so real, Alter. Die Baits sind so real. Komm, wir machen 8, 8, 8, danach. Mal schauen, vielleicht kriegen wir da... Ah, die kriegen wir auch nicht. Alter, diese Seite ist rigged as fuck. Die Seite ist rigged as fuck. Oh, bei mir, die bekommst du ja nice. Bitte, bitte, bitte. Gib mir die, gib mir die, bitte, bitte, bitte. Nice. Wie viel? 2 Euro nur. Fuck, ich hab gedacht, ihr wer ist der Trigger-Fan. Komm schon, gib mir jetzt irgendwas Gutes noch. Irgendwas Gutes. Oh, oh, fuck, ich hab gedacht, wie komm ich. Ja, Leute. Ich würde sagen, weiter geht's. Slotten. Gib mir irgendwas Gutes. Gib mir irgendwann wahrscheinlich... Ey, mate, diese Sachen wird mir zu hart. Sollen wir das verlieren? Dann machen wir jetzt zweimal die 1000er Spins und wenn ich den verliere, war klar. Wir werden hier gerade richtig hart auseinandergenommen. Wir werden hier gerade richtig hart auseinandergenommen. Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal, wie wir gerade in den... Arsch gefickt werden von diesem Scheiß-Hurensohn-Slot. Ohne Witz, Mann. So lächerlich. Wenn ich das nicht bekomme, dann weiß ich auch nicht, bekomme ich eh nicht. Doch, bekomme ich. Wow. Super. Dankeschön. 9, 4, 7. Dankeschön. Komm. Ey, ich soll es ja jetzt mal 30er bekommen, Alter. Ich bekomme... Ja, natürlich bekomme ich den wieder nicht. Den bekomme ich sowas von 100%ig nicht. Wow, super. Ich bekomme einen Key, Alter. Ich bekomme wieder irgend so einen Scheiß. Guck mal, ich gehe richtig low, Alter. Mann, Alter. Ohne Witz, ich hätte die Scheiß-AK nicht verkaufen dürfen. Super, jetzt bekommen wir die ganze Zeit irgendeinen Scheiß. Guck mal. Ihr bekommen mal eins, Alter. Es ist so lächerlich. RNG-Maschinen. Komm, wir machen ein bisschen RNG-Maschinen. Komm. Wir machen jetzt mal 5, 3. Wir machen mal hier 10%. So, wir machen jetzt 100% und das 8-mal. War klar. War klar. War klar. War klar. War klar. 8-mal machen wir das. 8-mal, Leute. What the fuck. War klar. Ey, Jungs. Es ist so rigged as fuck. Diese verfickte Huren-Sohn-Seite. Es riggt mich so auf. Weißt du, sie machen so viel Gewinn, Mann. Und ich kriege trotzdem nichts raus. Ohne Witz. Sowas fuckt mich ab. Ja, Leute. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.